Hallo, heute mal aus dem Grünen wollte ich euch mein Lieblingschampagner vorstellen für eure nächste Poolparty. Ein Blanc de Blanc aus Frankreich natürlich, aus Vertu. Die haben beste Grand-Grüllagen, ihr seid super bedient, sehr schön, frisch, wird euch Spaß machen. Für alle, die es wirklich lieben, auch die Jungen, haben wir einen ganz tollen, frischen Rosé-Champagner Nicolas Foyat, Nummer 1 in Frankreich. Ihr werdet so Spaß haben. Und natürlich haben wir auch ein Rosé. Rosé ist angesagt, ein super Produkt, in dem Fall ist er nur Brüt für richtige Champagner-Kenner, für Ladies, für Girls, für Barbie-Puppen.